Greif zum Pflücken, ja. Himmelssturm. Okay. Nicht möglich. Okay. Verwirrungsblüte. Himmelssturm, da muss ich sogar hin. Also ihr seht es gerade nicht, weil meine Cam da voll ist. Aber da wird irgendwo noch so eine Tafel sein. Gut zu wissen. Wie lieb, die immer zueinander sind. Wurde der Turm dann also von Licht geschützt? Ja, da ihr die Kulasse besiegt habt, ist die Barriere verschwunden. Ado geht also auch zum Himmelssturm. Auf geht's, Slim. Hat sich bei uns entschuldigt, Ado aber noch nicht. Das stimmt. Didi-ding. Didi-ding. Wächtet da was Blaues? Hm, 11 von 13. Es geht auch, Yoga. Da hab ich so viel geinfluenzt mit Musik. So viel Gebühren. Ist sehr gut. Ich will mich mal ärgern davon. Ja, würde ich jetzt auch sagen, Flo. Dachte ich mir. Hör auf zu lügen, Chloe. Ich hab Spaß lügen, sind scheiße. Unwissenheit schützend. Läder hoch! Waschbär. Ach, das waren wir mit den Würfeln, ne? Was geht das wieder los? Ich habe dich sommer. Ja, ich bin denn sonst. Natürlich schützend. Caballera. Geinn. Berat. Ich habe ein Deja Vu. So, jetzt haben wir alle. So, jetzt haben wir alle. Kommt jetzt der finale Kampf. Sollte ich mich vorher vorbereiten? Ich glaube ja. Sollte ich mich vorher auf. Sollte ich mich vorher auf. Das Leben haben sie alle voll, aber SP nicht. Lieber es vorbereitet reingehen. Sollte ich mich vorher auf. 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 Kann man mal sehr spät, leider ins Team. Was? 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 Jetzt kommt ihr rein? Was? Was ist das doch passiert? Die Viecher dann jetzt alle her. Oh Gott, Trichter, Alter. What the fuck? Ich will mir meine Augen gerade ausbrechen. King Kongo! King Kongo! King Kongo! Oh Gott. Oh, bah! Milfruh! Gigantesco-Mano! Stomp! F..まずい! Da, Kaku, Kaku! Kaku! Weather Egg! Da, Kaku! 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 Oh, die Viecher nervenvoll! Oh nein, aber riesige Füße aus dem Boden! Ja, nee, okay! Hmph! 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 Die Kitzlik! Ich glaub nicht! Die Kitzlik! Ich glaub nicht! Das war's für heute. Ich glaube, ich sollte mal Nami heilen. Ja, jetzt ist sie unmächtig. Super. Ja, jetzt bin ich. was warum sind die so tanki ja Ich schreie das! GOMGOMGOMG! JETTWI! Diablo JUMP! Biankyui... GARERA SHOT! HAKOBORESLA ONORENO HASHI! SANTOURYU! KOKUJÓ! OOTATSUM! Oh, jetzt oben! Das hat wehgetan! Der hat immer die Brücke in der Zeit gebaut, ey! Was ist mit dem? Jetzt kann ich wieder alle heilen, weil das hat gerade sehr wehgetan. Oh... Hmm... Ja, das ist sehr gut vorbereitet. Das ist mit Geld! Dann Tein... ...asineineine Probleme... ...besser R repetition. Insofern haben wir gekaufst, wie ich die Fische verwenden. ...kauw? Wer ist die Fische? Was ist meine Fische? ...Wir gibt es jemanden? ...Wir bekommt man, dekwösen. Damit sind wir, von uns dort zu Hause. Seh das! Sobald kommt's? Ich bin hier, wenn ich nicht in der Näheата. Oh nein? Alles auf dieser Insel ist irgendwie ehr- ehrwürdig. Hier geht's schon. Chopper kann nieren super raus operieren. Ich habe eine große Kugel. A-da. Verschlossen. Ach, geht doch kacken. Guck mal, diese Statue trägt eine Krone Stimmt, hey Robin, was steckt hinter dieser Statue? Tja, die Statue selbst steht hier mehr als 200 Jahren Aber diese Krone Die Krone? Es sieht aus, als hätte sich jemand erst kürzlich der Statue aufgesetzt Außerdem ist sie extrem billig Wow, was zum Hinker? Allerdings ist sie auf Hochglanz poliert Für irgendjemanden auf der Insel ist das ein wichtiger Ort So, so Dr. Professor Lissifer, genau Ich kann hier sogar noch so ein Lager aufschlagen Das heißt halt jetzt, ne, Endspurt und so Die lassen mich dann gleich, äh, ja Jetzt ist die Frage, muss ich bis dann nach oben latschen? Das wäre nicht so toll Oh, Broke, ey Der bringt nur so eine Scheiße Ah, wirklich, die ganze Zeit macht er das Er ist so ein K.O. Würfel seiner Chopper Das ist aber schlimm Die sind alle schlimm Wir haben alle eine Macke Ist doch sicher, ob wir das in den Kuchen Nun muss man den Hinken Wird nicht wahr, ob sie wirklich Was ich wäre das entonces? Ich bin im Foto Ihr scheiß Platform Jäger Oh, der ist die Kuchen Und wenn du schon Jäger Das ist Jetzt Ich mag es aber noch verharmlost. Ich habe meine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so geben wir mal im mitsturm ach du scheiße Das ist ein schönes Ort. Es ist das ein Unfall. Es ist das natürlich. Unfall ist das Unfall, die Memoria. Und das Unfall ist das Unfall, die das hier entwickelt. Da ist er mein 3D-Drucker. Hat er es verkackt? Nicht schlecht, Lisa. Ja, lachen mache ich gerne noch. Er kriegt die Toleranz nicht hin. Das ist nicht so geil. Ah ja, ich sehe schon. Das wird ja ganz toll hier. Aber wie Flo. Ich müsste seine Lache nochmal hören. Was macht das, Rino? Ich muss sie hören, ich lese. Ich muss sie hören, ich muss sie hören. Was ist das? Das ist ein Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Hey, Nubi, bein' dich. Sie sind die敵. Wiese Woche dann, Lisa. Was? Sache holen wir zu. Achso, ja, das stimmt. Glück dauert die Woche noch. Was? Was? man da man ist in der 1 zander Komm, mute ich mich halt! Trotz so lange. In der Frechdachs. Niemals! Oh, die ganzen Gegner, guck dir mal an die Tanki, die so irgendwie viel Schaden die machen. Holy shit. Okay. 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 Hey, die vier sind so ätzend hier, ne? Okay. 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 Oh, we're gonna have to stop and drop. Okay. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für mich. Das war's für mich. Der Kabel ist einfach abgeflogen. Ah, Raffi. Ladekabel. Weiß ich auch nicht, warum der abgegangen ist. Die vier sind so tanky, das ist ja richtig eklig. Das wird ja nochmal richtig scheiße werden. Die vier sind so tanky. Das war's für heute. Gettet, Katolinger! Ich werde mich nicht verletzen! Ich werde mich nicht verletzen! Ich werde mich nicht verletzen! Das war's für heute. Der kann das echt ätzend. Der kann das nicht so gut sein. ja tschüss rafl ist mir so egal einfach so einer ist so wiedersehen noch mehr so eine gegner kommen okay ich will sie aus so Da drüben ist was. Ich weiß nicht, warum das, äh, warum das schwebt, aber Ruffy könnte es greifen. Nahtodkraft. Okay. Warum sind noch mehr komische Würfel? Ich heil mich erst mal. Ich heil mich. Ich heil mich. Es ist noch ein weiter Weg bis nach oben. Wenn ich daran denke, dass ich ausrutschen und runterfallen könnte, kriege ich Herzrasen. Dabei habe ich doch gar kein Herz hier. Oh mein Gott, dieser blöde Penner, ey. Oh, scheiße. Ich hasse ihn. Am liebsten würde ich ihm jetzt gerade mal wirklich die Klippe hier runterschubsen. Verdient hätte er es. Ruffy, kannst du mir diesen schwebenden Ring holen? Na klar, ich greife ihn einfach und springe. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht so gut aussehen. Wenn ich jetzt hier hochfliege, dass ich dann direkt angegriffen werde. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht so gut aussehen kann. Oh. Wie viele sind das, zwei Stück? Wie viele sind das, zwei Stück? Danke. Muki-muki. Ich werde den Wege tun. I love Lysop, ist okay. Schmuck-LP-Umwandlung. Schmuck-Umwandlung. Schmuck-Umwandlung. So, Gegenstände. Schmuck-Umwandlung. 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 Toll, ey. Die ganzen Kisten, die noch verschlossen sind. Schmuck-Umwandlung. Schmuck-Umwandlung. Robins Würfelfragment. Schmuck-Umwandlung. 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 Super, super, super. Warum leben hier eigentlich Krokodile in einem Turm? Es sind ja nur Würfelfragmente, die Erinnerungen beinhalten. Kämpfe gegen Würfel-Erinnerungen. Krokodile in einem Turm. Krokodile in einem Turm. Krokodile in einem Turm. Krokodile in einem Turm.